Ray Bradbury – Das Geschenk Es war ein Tag vor Weihnachten, und noch während die drei zum Raumschiff-Flughafen fuhren, machten Mutter und Vater sich Gedanken. Es war das erste Mal, dass ihr kleiner Sohn in den Weltraum flog, das erste Mal, dass er überhaupt in ein Raumschiff stieg, und sie wollten, dass alles vollkommen war. Als sie am Zolltisch das Geschenk für ihn zurücklassen mussten, das nur wenige Gramm schwerer war, als die vorschriftsmäßige Gewichtsgrenze erlaubte, und auch den kleinen Baum mit den weißen Kerzen fühlten sie sich um die ganze Weihnachtsfreude und um die eigene Liebe betrogen. Der Junge erwartete sie im Abfertigungsraum. Während sie nach dem erfolglosen Zusammenstoß mit den interplanetaren Beamten auf ihn zugingen, flüsterten sie miteinander. Was sollen wir tun? Nichts. Was können wir tun? Diese dämlichen Vorschriften. Und er hatte sich so sehr einen Weihnachtsbaum gewünscht. Die Serene heulte auf, und die Leute drängten sich in das Maßraumschiff. Mutter und Vater gingen schweigend am Schluss ihren kleinen, blassen Sohn zwischen sich. Ich werde mir schon etwas einfallen lassen, sagte der Vater. Was? fragte der Junge. Das Raumschiff startete, und sie wurden kopfüber in den dunklen Weltraum geschleudert. Das Raumschiff ließ Feuer zurück und die Erde, auf der man den 24. Dezember des Jahres 2052 schrieb. Es schoss hinaus, dorthin, wo es keine Zeit gab, kein Monat, kein Jahr, keine Stunde. Sie verschliefen den restlichen Tag. Um Mitternacht irdischer Zeit und nach den New Yorker Uhren wachte der Junge auf und sagte, ich möchte aus der Luke sehen. Es gab nur oben auf dem nächsten Deck eine Luke, ein ziemlich großes Fenster mit einer Scheibe aus ungeheuer dickem Glas. Jetzt noch nicht, sagte der Vater. Ich nehme dich später mit hinauf. Ich möchte sehen, wo wir sind und wohin wir fliegen. Ich möchte aber aus einem bestimmten Grund, dass du noch wartest, sagte der Vater. Er hatte wachgelegen, sich von einer Seite auf die andere gedreht und an das zurückgelassene Geschenk gedacht, an das bevorstehende Weihnachtsfest, den verlorenen Baum mit den weißen Kerzen. Endlich hatte er sich aufgerichtet und glaubte nun, einen Plan gefunden zu haben. Er brauchte ihn nur auszuführen. In genau einer Stunde ist Weihnachten, mein Sohn, sagte der Vater. Oh, sagte die Mutter, entsetzt darüber, dass er das Fest erwähnte. Sie hatte gehofft, der Junge würde es vergessen. Das Gesicht des Jungen rötete sich wie im Fieber und seine Lippen zitterten. Ich weiß, ich weiß, ich kriege doch ein Geschenk, nicht wahr? Bekomme ich einen Baum? Ihr habt mir versprochen? Ja, ja, du bekommst sogar noch mehr, antwortete der Vater. Aber, begann die Mutter, es ist mein Ernst, sagte der Vater, du kannst dich darauf verlassen. All das und noch mehr, viel mehr. Entschuldigt mich jetzt, ich komme gleich wieder. Er ließ sie ungefähr zwanzig Minuten allein. Als er wiederkam, lächelte er. Gleich ist es soweit. Darf ich deine Uhr halten? Fragte der Junge. Er bekam die Uhr und hielt sie an der Hand, während der Rest der Stunde in Feuer und Stille und unmerklicher Bewegung verstrich. Jetzt ist Weihnachten, Weihnachten, wo ist das Geschenk? Hierher, sagte der Vater, fasste den Jungen bei der Schulter und führte ihn aus dem Raum durch einen Flur und eine schräge Treppe hinauf. Seine Frau kam nach. Ich verstehe nicht, sagte sie immer wieder. Du wirst schon verstehen. Wir sind da, sagte der Vater. Sie blieben vor der Tür einer großen Kabine stehen. Der Vater klopfte dreimal und dann zweimal. Ein Signalzeichen. Die Tür öffnete sich, das Licht in der Kabine erlosch und man hörte Stimmen flüstern. Geh hinein, mein Sohn, sagte der Vater. Es ist so dunkel. Ich halte dich an der Hand. Sie traten in den Raum. Die Tür schloss sich hinter ihnen und der Raum war wirklich sehr dunkel. Vor ihnen tauchte ein großes Glasauge auf, die Luke, ein Fenster etwa 1,20 Meter hoch und 1,80 Meter breit, durch das sie in den Weltraum hinausschauen konnten. Der Junge erschrak. Hinter ihm erschraken auch die Eltern. Aber jetzt fingen in der dunklen Kabine ein paar Menschen an zu singen. Fröhliche Weihnachten, mein Sohn, sagte der Vater. Die Stimmen sangen die alten, vertrauten Weihnachtslieder. Der Junge ging langsam vorwärts und presste dann sein Gesicht an das kalte Glas der Luke. Da stand er, eine lange Zeit, und schaute hinaus in den Weltraum, in die tiefe Nacht, in der zehn Milliarden hübsche weiße Kerzen brannten. Untertitelung des ZDF, 2020